Namaste ihr Lieben. Klappe Nummer 2. Dieses Videos, das beschreibt schon den Tag, der heute ist, nämlich Neumond. Neumond mit 6 Planeten im Zeichen Wassermann und ganz viele Astrologen haben davon gesprochen, dass das heute ein Game Changer ist und ich kann das nur bestätigen. Heute Vormittag hatte ich das Gefühl, ich dehne mich energetisch so stark aus, dass ich mich nicht erden konnte und versucht habe, die Energie zu erspüren, die heute hier auf die Erde fließt. Und ich bin still geworden ganz oft und habe hineingespürt, was geht hier heute ab, was läuft hier ab. Also gestern ging es mir nicht so gut. Ich hatte echt immer so Downs energetisch und musste sehr auf mich achten, meine Stimmung hochzuhalten. Und heute Vormittag, obwohl ich mich schon geerdet hatte, habe ich ganz viele Visionen und Bilder bekommen. Und zwar, ich habe ständig ein Buch gesehen, was zugeht und was beendet ist, was gelesen ist und beiseite gepackt wird. Und ich habe das energetisch auf den Straßen wahrgenommen, dass ganz viel von dem, was war, ob das Geschäfte sind, Wellnesscenter, Spa-Bereiche, dass wir das so nie wieder erleben werden. Nie wieder. Wir haben das erlebt in 2020, als nach dem ersten Lockdown im Sommer die Geschäfte alle wieder aufgingen. Ich kann mich erinnern, ich bin auch erst mal sofort überall rein. Das werden wir so nicht mehr erleben. Was ich gesehen habe, war sehr interessant. Also ein Buch, das sich zuschlägt und das weggelegt wird. Und dann habe ich ein Feld gesehen und die ganze Zeit lang. Und dieses Feld war wie brach, ein braches Feld. Und auf einem brachen Feld wächst im Frühjahr immer etwas Neues. Und die Energie kam auch durch die Information, das stimmt wirklich, dass ab dem 14., 15., 16., 17., okay, da sind auch verschiedene andere Termine global sehr wichtig, das ist ja auch Aschermittwoch und das ganze Thema, dass sich dort die Energie wieder sehr verändern wird. Alles das, was jetzt war und in 2020 eingeleitet wurde, alles das wird jetzt sich auflösen, vergehen. Und das ist wirklich wie eine Art Erlösung, eine Art Loslösung der Energie, die heute fließt. Und hinter dem Feld, dann habe ich eine vollkommen neue Energie gesehen. Viele könnten das beschreiben als die neue Erde. Aber es ist wirklich so und es wird jetzt nicht gleich am 15. März oder Februar, es wird im Frühjahr kommen, diese neue Energie. Und bis dahin wird alles sich auflösen. Also ich sehe jetzt wieder Bilder, wie alles zusammenbricht. Alles bricht zusammen. Wir brauchen keine Angst davor haben. Es wird so vieles beendet werden. Und wenn dieses Feld sozusagen gerodet ist, da ist auch viel Traurigkeit, die ich zurzeit auch in mir mit all dem erlebe. Ja, ganz viel Traurigkeit von diesem Alten, alles was aufgebaut wurde, was erschaffen wurde. Alles das, was sich jetzt auflösen wird, gehen wird. Es wird gehen. Und dann kommt etwas Neues. Es kommt etwas wirklich ganz Neues. Das braucht noch Zeit. Aber ich konnte es schon richtig fühlen, als wenn ich es in die Hand nehmen kann. Und das ist dieser Neumond heute. Ich konnte es förmlich greifen schon. Und es ist dieser Neustart. Halte deine Visionen. Jetzt geht es wirklich um die Vision. Vision, Vision, Vision. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Nicht mehr zurückschauen. Es ist vorbei. Das Buch ist zu, beiseite gelegt. Es wird jetzt sich alles auflösen. Wie gehen wir jetzt weiter? Wie gehen wir nach vorne? Und vieles von dem werden wir nicht mehr haben. Wir werden es einfach nicht mehr haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich auszurichten. Was können wir Neues haben? Wie können wir Neues leben? Wie wird Neues entstehen? Wie? Es ist wirklich, wir sind eigentlich durch die Schwangerschaft schon durch, ja? Und das Neue kennen wir noch gar nicht. Aber es ist jetzt schon da. Und ich konnte es greifen. Und deswegen mache ich dieses Video, weil es so unglaublich war, diese Energie heute. So ausdehnend. Also wirklich ausdehnend. Und ich habe da noch heute mit der galaktischen Zentralsonne meditiert. Und diese Energien des Lichtes und der Liebe waren riesig. Das ist die Unterstützung, die wir jetzt kriegen. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Und jeder hat die Wahl, sich zu entscheiden, ja? Für das Neue, für das Lichtvolle, für die Liebe, für das Mitgefühl, für das Gemeinschaftliche oder für das Alte, okay? Aber dieses Buch wird zugeschlagen. Und die geistige Welt hatte gesagt, das war interessant, auch in einem Channeling von der Galaktischen Föderation, dass noch zwei Züge parallel fahren auf Gleisen. Und genau das habe ich heute auch gesehen. Es war so interessant. Nur anders. In einer, mit anderen Bildern. Und irgendwann wird der eine Zug auch gar nicht mehr da sein, ja? Also, geh in deine Vision. Mach alles, was dir gut tut. Mach alles. Und wenn es nur zu Hause ist und wenn es nur im Wohnzimmer ist, tanze, singe, lache, bastle, schille, keine Ahnung, meditiere, 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 ja? Und bereite dich vor auf das Neue. Es wird kommen. Es dauert. Es dauert. Aber es wird kommen. Und ja, das ist dieser Game Changer heute. Das ist diese unglaubliche Energie. Unglaublich. Unfassbar, wie jetzt alles von uns gehen wird, ja? Der Zug fährt los, der fährt ab, der wird gehen, der fährt raus und dann ist er weg. Und dann, ja, dann schauen wir hoffentlich in das Neue. Alles Liebe. Bye-bye. Und einen ganz tollen Tag wünsche ich dir noch. Und mach dir deine Vision, ja? Für das neue Leben, für die neue Zeit, für die neue Erde. Für das neue Bewusstsein. Also in diesem Sinne. Tschüss.